es überall in den roten ja ich vermute hier Brenner! Warte, ich probiere was aus. Ich kann ja die Dinger drehen. Das geht erstaunlich gut. Bringt aber nichts. Ach komm schon, blödes Zahnrad. Ich hab's doch geworfen, dachte ich. Eines fehlt noch. Da. Da. Okay. Brenner. Kiste? Holz? Bleh. Bleh. Get closer. Somehow. Kohle? Oh. Entschuldigung. Ich hab's nicht mehr geschafft, das Mikro wegzuhalten. Mehr Kohle. Okay, es war Kohle. Ist ja gut. Dann hol ich mal noch mehr davon. Oh. Sehr gut, Kohle. Wie lang muss ich das wohl machen? Okay, selber rennt. Ey! Ja! Ja! Äh, äh. Schönes Gewebe. Ja! Au! Aua! Agh! Du. Uh! Wee ó E...! Ja! E... Ja! E... Ja! E... Ja, E... Aha! Ja! oK oK was geht denn hier ab Was geht denn hier ab? um ich kann mich anhalten jetzt sind wir wohl unten mal schauen wo wir rausgekommen sind ja ich unterdrücke gerade ein Niesen er springt nicht ich ahne nichts gutes von einem gefängnis in diesem schloss voller monster und da sind schon wieder diese rosenblätter blutspuren was weiß ich die fand ich auch nie sehr vertrauenserweckend hier Oida 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 oida, also hier unten ist was Shhhhhh was macht die Tür da drüben da kam ich wer hat mich gesehen ist jemand da? Alter ist er noch draußen ja okay 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 okay